Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Einfach schwimmen, einfach schwimmen lehrte uns Disney bereits vor mittlerweile über 20 Jahren in den deutschen Kinos. Und nun zwei Jahrzehnte später tut das der Konzern erneut auf seinem Streaming-Dienst, allerdings nicht mit einer reizenden Fischdame, sondern mit einer anderen, die viele vielleicht gar nicht mal so reizend finden. Und damit geht es heute um die junge Frau und das Meer ab dem 19. Juli exklusiv bei Disney Plus zu sehen. Wir konnten aber schon vorab uns ins kühle Nass begeben und wie es uns da gefallen hat, das berichten euch an dieser Stelle zum einen der Christopher. Hallo Dom, hallo liebe Zuhörer. Ich möchte das ja nicht kleinreden, was die Frau da geschafft hat, aber als ich das Seepferdchen machte, war das für mich auch eine starke Anstrengung. Wann wird das denn mal verfilmt? Ja, gute Frage und wahrscheinlich auch nicht unbedingt von Disney. Nein. Oder nur die jugendfreie Variante. Passt aber vielleicht auch echt ganz gut zum Film. Die junge Frau und das Meer mit Daisy Ridley in der Hauptrolle, die man ja vor allem kennt eben aus den heiß geliebten Star Wars Sequels oder zuletzt auch das Erwachen der Jägerin, den ich besprochen hatte Anfang des Jahres mit dem Kollegen Werner. Schöne Grüße und gerne reinhören. Ja, da hatte ich ja schon gesagt, wie ich so zu Daisy Ridley stehe. Christopher, wie sieht es denn da bei dir aus? Also die Frau ist grundlegend sympathisch, wirklich eine Augenweide und auch ausgesprochen professionell. Also von all dem Schmutz, der da zwischen Star Wars Fans und Disney hin und her geworfen wurde, hat sie sich niemals an dieser Schlammschlacht beteiligt und das rechne ich hier hoch an. Ich finde sie grundlegend sympathisch. Schauspielerisch bin ich mir immer unsicher, weil man kann immer sagen, Star Wars, was soll sie da großartig reißen? Sie braucht Rollen, die sie fordern. Und ich habe jetzt so einiges mit ihr außerhalb von Star Wars gesehen. Ich sah diese alternative Hamlet-Version Ophelia. Ich sah vor ein paar Wochen auch das Erwachen der Jägerin und jetzt der hier. Ich sah auch natürlich auch Mord im Orient Express und ich denke natürlich, die Frau hat Potenzial, aber der Moment, wo Daisy Ridley mich schauspielerisch komplett von den Socken gehauen hat, der ist noch nicht eingetreten, der lässt weiterhin auf sich warten. So viel schon mal dazu. Na gut, ich muss gestehen, ich war damals bei das Erwachen der Macht doch sehr angetan von ihr, weil man muss halt bedenken, das war ihre allererste Kino-Hauptrolle wirklich. Und dann direkt in diesem Franchise-Film, dafür hat sie das schon ziemlich gut gemacht. Also auch so eine gewisse Emotionspalette hat sie eigentlich gut rauf und runter gespielt, fand ich. Natürlich, dass dann ihre Rolle irgendwann so ein bisschen schwierig wurde, insbesondere in Episode 8 und 9, das sei mal dahingestellt, aber dafür kann sie ja nichts. Aber ja, du hast es schon richtig angesprochen, sie braucht Rollen, die sie fordern und die scheint sie sich jetzt auch durchaus zu suchen. Weil ich muss gestehen, ich hatte damals nach Episode 9 wirklich so das Gefühl, ja, die und John Boyega könnten eher so ein bisschen in der Versenkung verschwinden und vielleicht dann nach ein paar Jahren nur noch auf der Comic-Con als Dauergast auftauchen, der Autogramme schreibt. Aber Fehlanzeige, sowohl sie als auch Boyega machen durchaus weiterhin Karriere und Daisy Ridley jetzt erneut hier mit bei Disney und was es hier genau mit auf sich hat und ob das hier eine fordernde Rolle geworden sein könnte, darüber erklärst du uns jetzt auf, Christopher, worum geht's hier eigentlich? 1905 wird Gertrude Trudy Adderley als Tochter von deutschen Einwanderern in New York geboren und bereits in frühen Jahren zeigt sich bei ihr eine Begeisterung und ein Talent für das Schwimmen. Und als junge Frau wird sie dann auch diesbezüglich sehr professionell, gewinnt verschiedene Preise und darf sogar an den Olympischen Spielen teilnehmen. Aber sie hat einen sehr viel größeren Traum. Sie möchte nämlich als allererste Frau überhaupt den Ärmelkanal komplett von Frankreich bis nach England durchschwimmen und sie setzt auch alles in Bewegung, um diesen Traum zu verwirklichen. Allerdings steht ihr einiges dabei im Weg. Seien es Männer, die das einfach missbilligen und ihr keine Chance geben wollen, natürlich auch die Höhen und Tiefen der See. Aber Gertrude glaubt an diesen Traum und durch die Unterstützung ihrer Schwester, ihrer Schwimmlehrerin und auch ihrer gesamten Familie nimmt sie es dann auch tatsächlich in Angriff. Ja, vielen lieben Dank dafür. Ja, einmal mehr souverän zusammengefasst. Ja, ich weiß gar nicht. Ich hatte mal irgendwie gelesen, dass dieser Film kommen sollte. Ich hatte auch jetzt im Nachhinein nochmal geguckt und ja, es gibt eine News davon, die ich gefunden habe, die ist von 2020, wo das verkündet wurde, dass der Regisseur von Fluch der Karibik 5 beziehungsweise einer der Regisseure mit Daisy Ridley diese wahre Begebenheit verfilmen wollte. Aber ich hatte es wirklich nicht mehr auf dem Schirm und ja, jetzt kommt der Film außerhalb von UK auch nicht in die Kinos, sondern nur direkt zu Disney Plus. Und ob das so, ja, ob das so karrierefördernd ist, darüber kann man streiten, ne? Ja, es ist schwierig, ob es an der Qualität des Films liegt, ob Disney da nicht viel Potenzial reingesetzt hat oder darin nicht viel Potenzial sieht, jetzt auch rein kommerzieller Ebene. In den USA gab es ja einen Veröffentlichungstermin am 31. Mai, wo er, glaube ich, schon in vereinzelten Kinos gezeigt wurde, aber dann auch sofort hier zum Streaming-Service überging. Was mich ehrlich gesagt wundert, weil das hier, ich bitte dich, eine wahre Geschichte, eine Sportgeschichte, eine Underdog-Story, das ist eigentlich alles zusammengerührt das perfekte Rezept für einen Film, den die Academy liebt und auch gerne auszeichnet. Warum hat Disney hier nicht mehr Vertrauen reingesetzt und pusht das für einen Start im Winter, um das eventuell für Oscars qualifizieren zu können? Also ich finde, dass hier mitten im Sommer, wenn man bedenkt, was für eine Art von Film, das ist relativ fehl am Platz. Ja gut, was du jetzt ins Feld führen könntest, wir haben jetzt Mitte Juli und die Olympischen Spiele stehen vor der Tür aktuell, ne? Aber ansonsten, ja, kann ich mir vorstellen, wenn du jetzt auch im Hinblick darauf, wie lange das Projekt angekündigt war und wann es dann jetzt wirklich erst verwirklicht werden konnte, Es ist wahrscheinlich so ein Kandidat, der vielleicht auch durch die Corona-Pandemie und diverse Verschiebungen vielleicht auch so ein bisschen hinten runtergefallen ist. Ja. Und jetzt so verspätet doch noch so an die Oberfläche schwappt. Aber unabhängig dessen, ja, war ich durchaus neugierig auf den, jetzt nicht nur wegen Daisy Ridley, weil das ist ja durchaus schon eine bemerkenswerte Begebenheit, von der man ja schon mal gehört hatte zumindest, oder? Ich muss gestehen, nein. Also, ich bin sowieso, ne. Wenn es generell um solche sportlichen Errungenschaften geht, die sich so um olympische Disziplinen und dergleichen kreisen, da weiß ich nichts drüber. Ich muss peinlicherweise auch gestehen, vor dem Film Race hatte ich auch noch nie was von Jesse Owens gehört und der ist ja nun mal wirklich weltberühmt, der Mann. Ja. Weil, ist nicht mein Ding. Aber, nein, ich wusste gar nichts über Trudy Ederle und was sie da geschafft hat. Deswegen war ich schon beeindruckt, als du dann hier so typisch Biopic-mäßig ganz am Schluss nochmal die Fakten aufgerollt bekamst und was danach mit ihr passierte. Das ist schon eine beeindruckende Frau gewesen und die hat auch Beeindruckendes gemacht und sie hat sich wirklich mit einer Menge Leute und einer Menge Widrigkeiten angelegt, um da hinzukommen, wo sie hinkam. Deswegen, und da gleich mein größter Kritikpunkt am Film, finde ich es umso enttäuschender, dass der Film umso glatt gebügelter und harmloser daherkommt, um zahnloser daherkommt, um das zu erzählen. Weil, ich hab vorhin gefragt, warum schickt Disney den nicht ins Oscar-Rennen? Das kann die Gründe haben, die du aufgezählt hast. Verspätungen, verspätete Veröffentlichungen und so weiter. Es kann aber auch einfach sein, dass Disney nicht wirklich sehr an den Film glaubt. Ja, das auch. Ich finde, hier hätte etwas mehr Intensität und eine sehr viel rauere, härtere, jetzt nicht härter im Sinne von Gewalt, aber eine sehr viel rauere, bodenständigere und unbequemere Inszenierung hätte dem gut getan. Ich finde irgendwie, die dramatischen Momente, die treffen nicht so hart, wie sie treffen könnten. Der Sexismus, mit dem Gertrud hier zu kämpfen hat, der trifft auch nicht so hart, wie er reinhauen könnte. Das ist alles eben, damit es unter dem Disney-Banner veröffentlicht werden kann, zu glatt gebügelt, zu leichtfüßig und irgendwie für mich nicht dramatisch genug. Ja, obwohl, äh, angenommen, das wäre jetzt einfach ein Fox-Film, ich glaube nicht, dass der so sehr viel anders aussehen würde. Ja, andere Studios hätten es vielleicht anders umgesetzt, also, aber, also, das finde ich jetzt persönlich nicht so den Beinbruch, weil es ist jetzt auch nicht so, dass die, äh, wahre Begebenheit sehr viel dramatischer ist und, und das jetzt irgendwie großartig weichgespült wurde. Also, das ist vielleicht eher die Art, wie es inszeniert wird und da kommen wir zu meinem großen Knackpunkt. Der Film hat einen sehr schönen Score an für sich. Der fiel mir wirklich direkt auf, der ist ja von einer jungen aufstrebenden Komponistin, die aber wohl auch sehr aus dem Hans-Zimmer-Lager kommt, äh, nämlich Emilia Warner, äh, die bekam hier Beihilfe von Lorne Bauf, der ja wirklich so ein alteingesessener Kompanion von Hans-Zimmer und Remote-Control ist. Und ich hab wirklich ein Dilemma mit diesem Film, was das angeht, weil, äh, ich hab mir die Musik danach nochmal auf YouTube angehört. Das Problem ist, im Zusammenhang mit diesem Film ist der dermaßen pathetisch, dass ich wirklich teilweise schon genervt war, weil das ist, das ist so überinszeniert. Also, nur mal als Beispiel. Hier wird am Anfang, äh, oder relativ am Anfang, äh, ein Schwimm-Contest gezeigt, an dem sie teilnimmt und das ist von der Musik her untermalt, als wäre das hier neuer Fluch der Karibik-Film. Also, das ist so drüber teilweise. Also, klar, da merkst du auch die Einflüsse eben von dem Regisseur Joachim Rönning und, äh, eben auch hier, äh, Hans-Zimmer-Schmiede und natürlich auch Jerry Bruckheimer als Produzent. Aber, meine Güte, dieser, dieser ganze Score kann kein einziges Mal leise Töne mal irgendwie anschlagen. Also, selbst wenn ihr am Anfang im Schwimmbecken trainiert, dachte ich mir teilweise, jetzt kommt ne Action-Szene. Also, das, das war so all over the place und, wie gesagt, der Score an sich ist wirklich schön, aber im Zusammenspiel mit dem Film funktioniert der gar nicht für mich. Oder wie, wie hast du das empfunden? Ich fand den Score jetzt nicht störend, aber es stimmt schon, dass der Film nach einer Epicness greift, die die Geschichte nur bedingt hergibt. Ja. Es liegt vielleicht an diesem Bombast-Produzenten, der halt einfach nicht anders kann und dem Regisseur hier auch. Ich hab jetzt diesen Kontiki nie gesehen, den Rönning mit seinem anderen Kollegen aus Skandinavien inszeniert hat, bevor sie beide den Job bekamen für den fünften Pirates. Aber das ist ja nun mal, das Meer, da ist er in seinem Element. Kann ich nur mal kurz anmerken, äh, also das ist ja eigentlich ein Regie-Duo aus Norwegen. Und mittlerweile haben die sich aber anscheinend so ein bisschen getrennt, weil Joachim Rönning arbeitet eigentlich momentan nur noch alleine. Also der hat ja nach Pirates hat der Maleficent 2 inszeniert, jetzt den hier und er wird für Disney als nächstes Jahr auch Tron Ares abliefern. Und Espen Sandberg, sein Regie-Partner, der hat dann in Norwegen währenddessen, ja, ein Herzensprojekt von beiden umgesetzt, nämlich über Amundsen. Den hab ich auch gesehen und den kann ich leider echt nicht empfehlen, aber das ist auch ein Biopic, sagen wir es mal so. Ich denke, du hast hier halt Leute am Start, die können nicht anders als Geschichten eben episch nach ganz großem Kino aussehend erzählen. Vielleicht wäre hier aufgrund der Thematik und vor allen Dingen auch der Figuren und der Hauptfigur auf dem Regiestuhl auch tatsächlich eher ein weiblicher Blickwinkel von Vorteil gewesen. Ja, also das ist komisch, weil wir reden ja ausgerechnet über den Konzern und das Studio, dass das pusht ohne Ende. Aber für den Film hier holen sie sich dann die coolen Macho-Guys Hollywoods und haben Jerry Bruckheimer als den Produzenten. Ja. Weil ehrlich, das wär so ein Stoff hier, keine Ahnung, Greta Gerwig oder, äh, oder auch, ähm, Niki Caro. Ja. Oder Kate Shortland. Das wär so ein Stoff gewesen, den hätte man eben gerade einen, dieser Chloe Zhao, diesen, äh, Indie-Regisseurinnen. Oh, Chloe Zhao wäre großartig gewesen. Ja, ja. Die wären alle perfekt gewesen für diesen Stoff. All diese Indie-Regisseurinnen, die sich jetzt eben durch Mainstream-Großproduktion einen Namen gemacht haben. Warum man hier ausgerechnet nicht eine von denen rangeholt hat, keine Ahnung. Aber, wie gesagt, ich finde, der Ton, der hier angeschlagen wird, ist ein bisschen zu seicht. Und es ist halt auch in Verbundenheit mit dem, was du bemängelst, die Regisseure hier, die halt in erster Linie immer Popcorn-Entertainment abliefern. Was ich aber andersrum sehr stark finde, und ich weiß, du hast mit diesem Mann so deine Probleme, ist für mich das Skript von Jeff Nathanson. Mhm. Weil, das finde ich, hat eben für so ein Biopic einen verdammt guten Flow. Es ist wirklich nicht verkehrt, wenn man hier so eine wahre Geschichte erzählt, die sich über viele Jahre erstreckt, ist es nicht verkehrt, den Autoren von Catch Me If You Can ranzuholen. Der Mann weiß wirklich hier, was er erzählen muss und wie schnell und wie viel davon. Weil du hast ungefähr, nach den ersten 25 Minuten, ist die Kindheit und die Backstory und der Familienhintergrund von Trudy komplett abgehakt. Und sie ist bereits eine professionelle Schwimmerin und gewinnt Wettbewerbe. Und das fand ich gut, weil du hattest alles, was du brauchst als Charakter-Setup. Mhm. Und du wusstest halt, das Schwimmen durch den Ärmelkanal muss dementsprechend viel Raum einnehmen und das tat es dann auch. Ja, obwohl ich da zum einen sagen muss, ich finde den Film zu lang und außerdem bin ich der Meinung, dass in der ersten Hälfte zu wenig vom Schwimmen zu sehen ist. Also klar, sie sparen sich das für die zweite Hälfte auf, die ich filmisch auch insgesamt stärker fand. Und die Inszenierung, ja, die ist konventionell, aber sie hat mich dann teilweise doch schon mitgerissen, muss ich zugeben. Aber die erste Hälfte ist mir wirklich zu lang, weil der Film beginnt ja mit so einem Flash-Forward, wo sie schon erwachsen ist und den ersten Versuch starten will, der ja dann scheitert. Und nach 80 Minuten landet dieser Film dann wirklich erst wieder an dem Punkt und erzählt dann ab da weiter. Und das fand ich tatsächlich zu lang. Ich muss allerdings auch sagen, also Jeff Nathanson, ja, hat ja auch den fünften Pirates geschrieben und auch das fürchterliche Lion King Remake, wobei man da wahrscheinlich nicht mal, es ist wahrscheinlich eher durch Pausen oder Copy and Paste gewesen als wirklich Schreiben. Aber ich kann mich dir anschließen, der Mann hat Catch Me If You Can geschrieben und das kommt hier auch durchaus durch. Also der hat für sowas vielleicht auch ein gewisses Händchen, da kann ich mich durchaus anschließen. Ich fand das auch, ja, was so ihre Familie angeht, fand ich eigentlich auch soweit okay. Da muss ich allerdings sagen, da hat mich der Sprachaspekt stark gestört. Wir haben hier ja sogar als ihre Mutter, haben wir eine deutsche Schauspielerin, Janet Hain, die auch teilweise Deutsch spricht. Und es sind ja auch, soweit ich weiß, hattest du ja schon in deiner Summary erwähnt, das sind deutsche Aussiedler, die nach New York gekommen sind und dort dann leben. Der Vater ist ja Fleischer. Und ich fand es sehr irritierend, ähnlich schon wie bei der Serie Tattooist of Auschwitz zuletzt, dass die dort wirklich alle die ganze Zeit Englisch sprechen. Also Janet Hain spricht mal ab und zu einen Satz Deutsch und Daisy Ridley einen einzigen Satz, der aus gutem Appetit besteht. Ah, wirklich, also das kratzt für mich in letzter Zeit so an der Authentizität, wenn Figuren unter sich nicht in ihrer Muttersprache reden. Jetzt die Schauspieler nicht, die hatten wahrscheinlich schon Schwierigkeiten überhaupt mit den paar Sätzen, aber wirklich, also das ist so unauthentisch für mich in den letzten Jahren geworden. Da könnte man halt wieder zu Felde führen, das liegt an Disney und dass die halt so zugänglich machen wollen wie möglich für ein breites Publikum und deswegen nicht viele Untertitel lesen lassen wollen. Wer weiß, ob es das war. Ich habe ja, muss ich ja sagen, die neue Shogun-Serie auf Disney Plus noch nicht angefangen, aber ich habe gehört, da wird sehr viel Japanisch gesprochen. Ja, die ist fast komplett zappt. Ja, also manchmal haben sie Probleme damit, manchmal nicht. Kommen wir zu insbesondere dem patriarchalen Aspekt, der natürlich dann sehr viele reizt bei dem Film. Also innerhalb der Familie fand ich das gut. Ich fand halt die Leute, die gegen Trudi waren, dieser Mann, der das nicht machen wollte, dieser eifersüchtige Trainer, die fand ich schon, das waren over-the-top-Karikaturen. Vielleicht ist das so gewesen, das ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wirklich so gewesen. Aber man hätte diesen Männern auch ein bisschen mehr Kontur geben können, das waren ziemlich over-the-top-Badguys. In der Familie allerdings fand ich das sehr gut. Der Vater hatte seine Einwände, der Vater war aber definitiv ein liebender Vater und hat sie dann auch unterstützt, als es tatsächlich dann ans Eingemachte ging. Von daher fand ich die Familiendynamik ausgesprochen realistisch. Alles, was so außerhalb der Familie geschah, da waren die Figuren doch relativ in ein Schwarz-Weiß-Muster eingewebt. Ja, so wirklich schon überzeichnend, da hast du schon recht. Also Christopher Eccleston als ihr, ja, sichtlich eifersüchtiger Schwimmlehrer, das ist ja auch jemand, hatte ich jetzt auch ein bisschen recherchiert, das ist jemand, der ist tatsächlich 22 Mal daran gescheitert, das zu schaffen, was sie geschafft hat. Also der hat es, selbst bis zum Ende seines Lebens, hat er es nicht hinbekommen, den Ärmelkanal zu durchqueren, was ja immerhin 21 Meilen sind. Der Einzige, der mir noch wirklich so, also der auf jeden Fall auch ein bisschen geerdeter war, war Stephen Graham, auch bekannt aus Fluch der Karibik, der ja dann auch so ein Unterstützer von ihr wird, ne, der ja auch erst etliche Male es nicht hinbekommt und am Ende bricht sie ja dann auch noch wirklich den Rekord der Männer um zwei Stunden. Das war soweit eigentlich alles schon okay, irgendwie in einem gewissen Kontext. Worauf ich aber noch zu sprechen kommen möchte, ist Daisy Ridley an sich und da muss ich sagen, da habe ich durchaus Respekt vor dem, was sie hier ableistet, vor allem körperliche Verausgabungen. Also ich möchte nicht wissen, wie viele Stunden die im Wasser verbracht hat für diese Dreharbeiten und inwiefern sie sich da auch drauf vorbereitet hat. Wobei man weiß ja, die ist ja glaube ich auch so auf Instagram und so, die ist glaube ich ziemlich sportlich generell. Wenn man sich so allerdings, du hattest ja schon erwähnt, am Ende bekommen wir die obligatorischen Texttafeln inklusive Originalaufnahmen und da fiel mir auf, dass die echte Gertrude doch so ein bisschen, also ist jetzt nicht totales Miscast, aber Daisy Ridley ist doch schon um einiges filigraner als die originale Gertrude, oder? Das ist vollkommen richtig, aber sieh mal, das ist mittlerweile doch ein Running Gag. Also ich sehe in Facebook-Posts und so weiter auch immer Witze über sowas. Du siehst eine Verfilmung einer wahren Begebenheit, dann siehst du am Schluss Fotos oder Aufnahmen der realen Personen. Und die sind, was das Attraktivitätslevel betrifft, natürlich noch nicht mal annähernd auf dem Level eben der schönen Hollywood-Stars, die sie hier gespielt haben. Das ist ja mittlerweile gang und gäbe, immer. Du siehst die realen Personen dann am Ende von sowas und die sehen nicht mal annähernd so aus, aber da kann ich drüber hinwegsehen. Ja, ich meine jetzt nicht direkt das Aussehen, sondern eher so den Körperbau auch zum Beispiel, weil Schwimmerinnen sind ja eigentlich schon eher ein bisschen kräftiger gebaut, sage ich mal. Und das sieht man auch bei Gertrude Ederle tatsächlich auf den Fotos. Und ich habe auch wahnsinns Respekt vor der physischen Leistung hier von Daisy. Was das Schauspielerische angeht, da finde ich schon, dass sie nicht hervorsticht. Und das ist komisch, weil es eigentlich ihr Film ist. Vielleicht liegt es auch am Skript oder an der Inszenierung. Aber ich habe irgendwie den ganzen Film über nie das Gefühl gehabt, dass wir hier eine klare Protagonistin haben, auf der der Fokus liegt. Das hatte für mich über weite Strecken immer eher was von einem Ensemble. Weil ihre Schwester ist sehr wichtig, ihr Vater, ihre Mutter, die Schwimmlehrerin, die sie am Anfang anheizt und ihr das Selbstvertrauen gibt, als sie noch ein Mädchen war. Die anderen Männer, die nicht an sie glauben, die anderen Schwimmer, die sie dann in diesem Camp kennenlernt. Es gibt hier wirklich eine breite Palette an Figuren. Und man muss sagen, alle Figuren kriegen auch ordentlich was zu tun und dürfen auch schauspielerisch brillieren. Aber ich finde, das ist für die Art von Film, die das hier ist, wäre es vom Vorteil gewesen, vielleicht doch ein bisschen mehr Fokus auf das Innenleben von Trudy zu legen. Weil so hat Daisy Ridley hier auch nicht die Möglichkeiten, wirklich in irgendwelchen Szenen herauszuragen und wirklich Momente abzuliefern, die man eben bei der Oscar-Verleihung als Clip abspielen könnte, wenn ihre Nominierung kommt. Also wäre ja so oder so nicht gekommen. Aber ich finde irgendwie, das Skript oder, ja, es ist wohl das Skript, das gibt nicht so viel her, dass Daisy Ridley hier wirklich so richtig reinhauen kann, außer eben in den physischen, in den Schwimmmomenten. Ja, ich finde es interessant, dass du von Ensemble-Filmen sprichst, weil alle um sie herum sind wirklich durchaus bekannte Gesichter. Ja, also, und die spielen ja auch wirklich so zu, aber letzten Endes ist sie im Zentrum. Aber das fällt da schon auf. Ich will aber auch noch mal kurz auf den Aspekt kommen, Richtung Patriarchat. Also ohne jetzt zu viel zu verraten, aber da spitzt das Drehbuch tatsächlich auch einen Umstand schon relativ stark zu, was diesen von Christopher Eccleston gespielten Coach angeht. Will ich jetzt auch nicht weiter ausführen, aber vielleicht schon mal ein bisschen übers Ziel hinaus geschossen, was das angeht. Obwohl es jetzt auch nicht mehr weiß, wie weit hergeholt ist, dass das wahrscheinlich, also es wird wahrscheinlich schon den Tatsachen entsprechen, aber wie das hier ausgespielt wird, hat schon ein bisschen sowas, ja, Sinisteres an der Stelle, würde ich sagen. Ja, wir können es ja aussprechen. Es ist ja so gesehen kein Spoiler. Ich meine, wir haben in dieser Besprechung schon erwähnt, dass Gertrud ja nun mal das schafft, was sie sich vornimmt. Und weil es ja nun mal auch eine bekannte Geschichte ist, kann das jeder nachschlagen. Aber ich war auch interessiert über den wahren Verlauf dieser Geschichte. Und es war interessant. Ganz minimaler Spoiler jetzt für die Mitte des Films. Gertruds erster Versuch, den Ärmelkanal zu durchschwimmen, scheitert halt an, so suggeriert es der Film, an einer leichten Sabotage ihres Trainers. Jetzt war ich interessiert zu sehen, war das wirklich so? Und ich habe mich großartig recherchiert. Ich muss zugeben, ich habe einfach nur den Wikipedia-Eintrag über Gertrud Ederle gelesen. Und da wird es halt formuliert, dass ihr erster Versuch, den Ärmelkanal zu durchschwimmen, scheiterte. O-Ton Wikipedia, wegen einem Missverständnis zwischen ihr und ihrem Trainer. Ja. Kann man jetzt so oder so auslegen, Missverständnis. Ja, ja, der Film, der spitzt es dann aber dahingehend doch zu und stellt es natürlich dann auch so dar, ja, ihr wird das eh keiner glauben. Also vielleicht ist sie damit auch nie so richtig an die Öffentlichkeit gegangen. Ich weiß jetzt auch nicht, inwiefern das, weil das Ganze basiert ja auch auf einer Buchvorlage von Glenn Stutt. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum Fazit. Und da lasse ich dir natürlich den Vortritt. Es ist wie gesagt, das Team hinter dem Film hat keine schlechte Arbeit geleistet. Nur das Team hinter dem Film war vielleicht das falsche Team. Da hätte es eine seriösere Filmemacherin, ja, eine Filmemacherin hätte ich mir hier am Ruder gewünscht und einen weniger kommerziell orientierten Produzenten. Und dann hätte man daraus wirklich ein sehr ambitioniertes Drama machen können, was man auch ins Oscar-Rennen hätte schicken können. So ist es halt, was es ist. Ein glatt gebügelter Sonntagnachmittagsfilm. Kann man gucken, tut nicht weh. Jeder macht ganz gute Arbeit. Daisy Ridley ja auch. Aber ich denke schon, man hätte hier das Potenzial gehabt, wirklich nach den Sternen greifen zu können. Und die hat man vertan. Und so ist es halt, was es ist. Ein netter Time-Filler, mit dem man gut zwei Stunden rumbekommt. Ja, da würde ich mich im Großen und Ganzen anschließen. Der Film ist wirklich so ein bisschen, und nicht nur im Hinblick auf seine Grundprämisse, der ist wirklich so das Äquivalent zu Nied auf Netflix. Also dieser Schwimmerinnen-Film mit Jodie Foster und Annette Benning, der ja durchaus Beachtung gefunden hat bei einigen Awards. Das wird der hier wahrscheinlich nicht. Aber er hat durchaus ähnliche Stärken und Schwächen. Auch wenn er jetzt mit dem Schauspiel absolut nicht mithalten kann aus Nied. Der ist ja hier an dieser Stelle durchaus empfohlen. Auch wenn ich den jetzt, ja, auch eher nur so solide fand wie den hier. Man macht nichts falsch, wenn man sich den hier anguckt. Aber ich bin durchaus auch bei dir. Also ich hätte mir zumindest irgendwie beim Drehbuch, glaube ich, einen weiblicheren Blick gewünscht. Oder sogar bei der Regie. Keine Ahnung, kann ich mal hier in den Raum werfen. Auch wenn die eigentlich nur TV macht. Vielleicht bin ich da auch gerade ein bisschen durch das House of the Dragon-Fieber vorbelastet. Aber da gibt es großartige Regisseurinnen aktuell, die eine sehr weibliche Perspektive mit einbringen. Und ich habe mir zwischendurch wirklich mal vorgestellt, das mit einer Inszenierung zumindest von Claire Killner oder Jita Waysen-Patel eben aus dem House of the Dragon-Lager. Das hätte ich sehr, sehr interessant gefunden. Dennoch ist es solide Hausmannskost, bei der man im Nachhinein dann vielleicht doch irgendwie nachvollziehen kann, warum sie nicht ins Kino kommt. Die Geschichte hätte es durchaus verdient gehabt. Aber dafür hätte sie dann vielleicht nicht bei Disney und Jerry Bruckheimer landen dürfen. Wobei man hier vielleicht noch erwähnen sollte, dass es für Daisy Ridley wohl durchaus auch ein Herzensprojekt gewesen war. Denn sie hat den Film auch mitproduziert. Und ich bin gespannt, was in nächster Zeit noch so von Daisy Ridley kommt. Also die hat so einige Sachen in der Pipeline. Vielleicht braucht die einfach noch so die wirklich richtig gute, große Hauptrolle. Damit würde ich sagen, verabschieden wir uns. Den Tele-Stammtisch findet ihr überall, wo es Likes gibt oder wahlweise auf tele-stammtisch.de. Und ich überlasse natürlich wie immer dem Christopher das letzte Wort. Ciao, ciao. Einfach schwimmen, einfach schwimmen. Denn wenn du schwimmst, dann kannst du schwimmen. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcastprojekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Überwertungen auf den gängigen Podcastplattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Vielen Dank.